Heute mit Pastor Joseph Prince. Die Verheißung des neuen Bundes ist in Wahrheit der Heilige Geist. Gott hat den Heiligen Geist verheißen. Und hier in diesem Bund, nachdem er unsere Sünden weggenommen hat, kommt der Heilige Geist. Und er kommt auf uns. Und er hat Worte, die Gott uns in den Mund legt. Ja, es können Worte der Schrift sein. Aber ich glaube, im Kontext hier ist wirklich das Beten im Geist, das Sprechen im Geist gemeint. Der Apostel Paulus sagt, ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Woran erkannten Petrus und die aus der Beschneidung, die Juden, die ihm folgten? Woher wussten sie, dass das Haus des Cornelius den Heiligen Geist empfangen hatte? In Apostelgeschichte 10 heißt es, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Sie gerieten außer sich vor Staunen. Warum? Der Heilige Geist fiel auf alle, die das Wort hörten, alle, die im Haus des Cornelius waren. Alle waren versammelt. Viele von Cornelius' römischen Freunden. Sie versammelten sich in dem Haus des Cornelius. Er war ein römischer Hauptmann. Dies ist der erste Fall in der Bibel, dass Heiden gerettet wurden. Petrus war dort. Er wurde zum Haus des Cornelius gerufen. Und die Bibel berichtet von dem Engel, der Cornelius, dem römischen Hauptmann, erschien. Tatsächlich predigte nicht der Engel zu Cornelius. Der Engel sagte vielmehr, sende Männer nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus holen. Der wird Worte zu dir reden, durch die du gerettet werden wirst, du und dein ganzes Haus. Sehr interessant. Denn Engel werden von Gott nicht beauftragt, das Evangelium zu verkünden. Warum nicht? Weil diese Engel Gottes Engel sind. Sie wurden nie gerettet. Sie sind keine Sünder. Das Privileg hat Gott uns gegeben. Einst waren wir Sünder. Jetzt sind wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet. Wir sind diejenigen, die Gott beauftragt hat. Er hat nicht die Engel beauftragt. Und als der Engel dem Cornelius erschien, wäre es sehr einfach gewesen, nicht wahr? Für Cornelius wäre es ein leichtes gewesen zu glauben, wenn die Engel das Evangelium verkündet hätten. Was brauchte es mehr? Doch stattdessen befahl Gott, ihm Boten auszusenden, um Petrus zu holen. Und tatsächlich, Petrus kam und predigte ihnen das Evangelium von Jesus Christus. Und Petrus kam zu dem Punkt, an dem er sagte, von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt, während er diese Worte redete. Ihr seht, der Heilige Geist liebt es, wenn wir predigen, dass ihr durch Jesus Vergebung der Sünden erlangt. Heute haben wir den Sündern alle möglichen Bedingungen auferlegt. Wir haben es ihnen schwer gemacht, gerettet zu werden. Und wenn wir jemanden treffen, der das gleiche predigt wie Petrus, nämlich, dass man nur an den Herrn Jesus Christus glauben muss, sagen wir zu ihm, du machst die Bibel zu einfach, das Evangelium. Das ist eine billige Gnade und eine labbrige Agape. Nein, macht die Schönheit und Einfachheit des Evangeliums von Jesus Christus nicht schlecht. Jesus hat die ganze Arbeit am Kreuz getan. Der Vater hat seinen Sohn in großer Liebe für uns geopfert. Der Preis dafür ist hoch, ein hoher Preis. Und Jesus hat gelitten. Jesus ertrug alle möglichen unsagbaren Qualen am Kreuz. Und er trug unsere Sünden. Er tat das alles. Deshalb ist der schlichte Glaube an den Herrn Jesus Christus nicht billig. Er ist teuer erkauft. Und welch ein Preis, welch hoher Preis. Und doch empfangen wir durch Glauben. Füge nichts hinzu. Gott will deine Bezahlung nicht. Wenn du deine Bezahlung hinzufügst, bedeutet das, dass Gottes Bezahlung nicht genug ist. Ich muss meine guten Werke hinzufügen, meine Hingabe. Ich muss alles Mögliche, was immer ihr wollt, hinzufügen. Dem Evangelium von Jesus Christus kann man nichts hinzufügen. Allein aus Gnade, durch den Glauben werdet ihr gerettet. Als Petrus dort eintraf, hielt er eine lange Predigt. Aber als er zu diesem Punkt kam, an welchem Punkt der Predigt fiel der Heilige Geist auf sie? Nun, Pastor, beim Altarruf. Nein, in diesem Fall gab es keinen Altarruf. Petrus predigte noch immer, als er zu dem Punkt kam, an dem er sagte, von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Da fiel der Heilige Geist. Während er diese Worte sprach. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, und das kann ich einfach nicht ignorieren, wisst ihr, der Heilige Geist fiel. Fiel bedeutet umarmen. Dasselbe Wort wird im Griechischen für den Vater des verlorenen Sohnes verwendet, der seinen Sohn umarmt. Er fiel ihm um den Hals. Der Heilige Geist umarmte sie alle, mit Liebe. Da fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Welches Wort? Während Petrus noch diese Worte redete, die Worte von der Vergebung der Sünden. Als er darüber sprach, dass Jesus der Messias Israels ist, fiel der Heilige Geist noch nicht. Als er den berühmten Vers in seiner Predigt sagte, wo es heißt, dass Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat, und er umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, da fiel der Heilige Geist nicht. So wunderbar das auch ist. Aber der Punkt, an dem der Heilige Geist diese Worte liebte, während Petrus noch diese Worte redete, welche Worte? Durch Jesus empfangt ihr Vergebung der Sünden. Der Heilige Geist liebte diese Worte. Und Freund, du kannst den Heiligen Geist betrüben. Du kannst den Heiligen Geist auch erfreuen. Worüber ist der Heilige Geist so erfreut? Während Petrus noch diese Worte redete. Der Heilige Geist wartete nicht, bis er einen Altarruf machte. Der Heilige Geist kam, fiel auf sie, umarmte sie. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt dachten sie immer, dass die Dinge Gottes nur für die Juden bestimmt seien. Sie gelten nicht für die Heiden, okay? Die Heiden stehen außerhalb der Bürgerschaft Israels, außerhalb der Verheißungen, die Gott den Vätern Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat. Sie sind also außerhalb. Sie selbst haben die Taufe des Heiligen Geistes am Pfingsttag erlebt. Wisst ihr noch? Apostelgeschichte 2. Und das hier ist Apostelgeschichte 10. Sie waren also überrascht, schockiert. Es war das erste Mal, dass die Heiden, die Nichtjuden, den Heiligen Geist empfingen. Aber die Frage ist, woher wussten sie, dass sie die Gabe des Heiligen Geistes empfangen hatten? Und das Wort Gabe in Gabe des Heiligen Geistes übrigens ist das Wort Dorea. Wir werden später darauf zurückkommen. Dorea, die Gabe des Heiligen Geistes. Wenn es um die Person des Heiligen Geistes geht, wird das Wort Dorea verwendet. Die Gabe des Heiligen Geistes. Es bezieht sich nicht auf die Gaben des Heiligen Geistes, sondern auf die Person. Es ist die Gabe. Der Heilige Geist ist die Gabe. Woher wussten sie nun, dass die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes empfangen hatten? Woher? Sie waren erstaunt. Es muss etwas Greifbares geben. Etwas, das man sehen kann, das sie staunen ließ. Und das ihnen bestätigte, dass die Heiden den Heiligen Geist empfangen hatten. Nun, weiter. Die Bibel sagt, Denn, denn heißt, weil, sie hörten sie in Sprachen reden und Gott hochpreisen. Daran haben sie es erkannt. Sie hörten sie in Sprachen reden und Gott preisen. Heute haben wir einen Kompromiss geschlossen und sagen, nun wisst ihr was? Leute können den Heiligen Geist empfangen, aber sie müssen nicht in Zungen reden. Nun, das musst du auch nicht. Es ist ein Privileg, dass du es darfst. Du musst nicht. Du darfst. Amen. Und nicht nur das. Jesus gebot seinen Jüngern sogar, in Apostelgeschichte 1, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten. Beachtet die Formulierung, die Verheißung des Vaters. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten. Beachte die Formulierung, die Verheißung. Was bedeutet das? Es gab eine Verheißung. Die Verheißung mit bestimmtem Artikel bedeutet eine einzige. Gott gab Israel im Alten Testament viele Verheißungen. Es gab viele Verheißungen, aber sie alle wussten um die Verheißung Gottes, die Verheißung des Vaters. Und immer wieder verhieß Gott, den Propheten Jesaja, Jeremia und verschiedenen anderen, Haggai, dass er seinen Geist über alles Fleisch ausgießen würde. Dem Propheten Joel. Und das alles fällt unter diesen einen Begriff. Der bestimmte Artikel, die Verheißung des Vaters. Sie alle wussten, dass es die Gabe des Heiligen Geistes ist. Der Apostel Paulus sagt, der Grund, warum Christus uns von dem Fluch des Gesetzes erlöst hat, Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes erlöst, indem er für uns zum Fluch wurde, wie geschrieben steht. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme. Damit wir was empfangen? Den Geist, der verheißen worden war, durch den Glauben. Alle Segnungen Gottes gipfeln also in diesem bestimmten Artikel. Die Verheißung des Vaters. Jesus sagte also zu ihnen, und er brauchte es nicht näher auszuführen. Ihr kennt doch die Verheißung des Vaters, richtig? Es scheint, dass das ganze jüdische Volk es wusste und darauf wartete. Jesus sagt also, bleibt in Jerusalem, bis ihr die Verheißung des Vaters empfangt. Er sagte, ihr habt es von mir gehört. Und seht ihr, sie wussten es. Der Heilige Geist wird kommen. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit, oder wie im Griechischen steht, in Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Nun, Folgendes. Es gibt Leute, die glauben, dass man, sobald man gerettet ist, bereits im Heiligen Geist getauft sei. Nein. Hör zu. Wenn du gerettet bist, wohnt der Heilige Geist in dir. Ohne den Heiligen Geist kannst du nicht gerettet werden. Wenn du also gerettet bist, bist du wiedergeboren. Du bist aus Geist geboren. So wird man wiedergeboren. Der Heilige Geist ist also schon in dir. Aber es ist eine Sache, dass er in dir ist und eine andere, in ihm zu sein, in ihn hineingetauft zu sein. In ihn eingetaucht zu sein. Das Wort getauft im Heiligen Geist. Es ist eine Sache, wenn ich ein Glas Wasser nehme und es trinke und das Wasser jetzt in mir ist. Etwas anderes ist es, wenn ich in den Swimmingpool springe. Jetzt bin ich im Schwimmbad. Ich bin im Wasser. Eingetaucht. Untergetaucht. Untergetaucht. Das griechische Wort. Untergetaucht. Baptizo. Getauft. Ich bin in den Heiligen Geist getauft. Ich bin eingetaucht in den Heiligen Geist. Alles, was er ist, bin ich in ihm. Und dieser Vers in 1. Korinther 12, Vers 13 wird immer aus dem Kontext gelöst. Denn dort geht es um den einen Leib Christi. Und es gibt verschiedene Glieder. Es geht also eigentlich um die Wiedergeburt, nicht um die Taufe mit dem Heiligen Geist. Beachtet das. Es heißt, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Beachtet also, dass es sich von dem unterscheidet, was Jesus hier sagte. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Jesus sagt also, du, das Subjekt, richtig? Nun sagen wir, dies ist Jesus. Okay, dieser Finger hier ist Jesus, das bist du. Und das ist der Heilige Geist. Er, Jesus, wird dich mit dem Heiligen Geist taufen. Dagegen heißt es im 1. Korintherbrief, durch den Geist. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Durch den einen Geist sind wir in einen Leib getauft. Dieser Vers bezieht sich also nicht auf die Taufe im Heiligen Geist. Das müssen wir verstehen, um klar zu denken. Wisst ihr, es ist eine Sache, wiedergeboren zu werden. Eine andere, im Heiligen Geist getauft zu sein. Jesus sagt, wenn ihr im Heiligen Geist getauft werdet, werdet ihr Kraft empfangen. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Das ist etwas völlig anderes als die Wiedergeburt und die Innewohnung des Heiligen Geistes. Lasst mich das noch einmal sagen. Sobald ihr wiedergeboren seid, habt ihr ganz sicher den Heiligen Geist. Man kann nicht ohne den Heiligen Geist wiedergeboren werden. Doch die Taufe im Heiligen Geist ist eine zusätzliche Erfahrung, die Gott uns allen zukommen lassen will. Eine Taufe mit Kraft. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet Zeugen sein. Hier steht nicht, ihr sollt Zeugnis ablegen. Ja, Zeugnis ablegen ist ein Teil davon. Aber es geht um mehr. Wenn ihr den Heiligen Geist, die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangt, sollt ihr Zeugen sein. Mit eurem ganzen Sein. Alles, was ihr sagt, preist den Herrn. Eine göttliche Herrlichkeit wird durch eure Person freigesetzt, weil der Heilige Geist in euch wohnt. Wir selbst haben keine Herrlichkeit. Wir haben kein Licht zu geben. Und es ist die Herrlichkeit des Herrn, die der Heilige Geist ausstrahlt, die die Menschen sehen. Sie müssen den Glanz sehen, der über uns aufgeht. Sie müssen die Herrlichkeit des Herrn über uns sehen. Und so geschieht es, dass der Heilige Geist uns Worte in den Mund legt. Wir nennen es Zungenrede. Und davor hat der Teufel solche Angst. Er wird versuchen zu sagen, dass diejenigen, die in Zungen reden, verrückt sind oder seltsam. Sie verstehen selbst nicht, was sie sagen. Und der Teufel will, dass ihr aufhört, in Zungen zu sprechen, weil er eure Sprache nicht entschlüsseln kann. Und manche sagen, nun, diejenigen, die am Pfingsttag in Zungen redeten, sprachen bekannte Sprachen, nicht ihnen selbst bekannt, nicht ihre Muttersprache. Aber selbst wenn ihr in Zungen redet und dabei eine irgendwo auf dieser Welt bekannte Sprache sprecht, das habt ihr nicht einstudiert. Es ist eine übernatürliche Sprache. Aber zudem kann das Beten in Zungen neben menschlichen Sprachen auch in Sprachen der Engel sein. In 1. Korinther 13 heißt es, wenn ich in Sprachen dem Menschen und der Engel redete. Also Zungen von Menschen und von Engeln. Die Bibel sagt, wer in Zungen redet, der redet im Geist Geheimnisse, Mysterien. Wenn ihr über Geheimnisse redet, die Entrückung ist ein solches Geheimnis, das jetzt offenbar ist. Die Gemeinde ist ein Geheimnis, das jetzt offenbar ist. Es gibt also Geheimnisse und der Apostel Paulus, insbesondere der Apostel Paulus, war von Gott berufen, die Geheimnisse durch die Kraft des Heiligen Geistes zu enthüllen. Und das hat er in all seinen Schriften im Neuen Testament getan. Wir haben das Wort Mysterion aus dem Griechischen übernommen. Mysterium bedeutet etwas, das im Alten Testament verborgen war, aber jetzt offenbart wird. Die Bibel sagt also, wenn man im Geist betet, spricht man von Mysterien. Oftmals fühle ich mich nach einer Zeit des Betens in Zungen, wenn ich im Geist bete, als wäre ich kalt. Ich fühle mich kalt, geistlich kalt, lauwarm, und ich möchte nicht so sein. Ich brauche die frische Taufe mit Feuer. Ich brauche eine frische Taufe des Heiligen Geistes. Ich bete und bete und bete und bete und oft spüre ich keine Emotionen. Es geht nicht um Emotionen, auch wenn es Emotionen hervorrufen kann, die entspannt sind, die friedvoll sind. Aber sucht nicht nach Emotionen. Während der Zeit, in der ich im Geist bete, das kann eine lange Zeit sein, es kann ein Tag sein, zwei Tage, ein paar Tage, in denen ich bete und nichts fühle. Und plötzlich stelle ich fest, dass, wenn ich für die Menschen bete, die krank sind, sie geheilt werden. Ich stelle fest, dass, wenn ich die Bibel aufschlage, da plötzlich kein Schleier mehr ist, nichts Dunkles, Verborgenes mehr. Sie leuchtet mir entgegen, und ich sehe klar und deutlich. Das ist die Erfahrung vieler Menschen, wenn sie nach einer Zeit des Betens im Geist die Bibel aufschlagen. Dann springen die Worte ihnen förmlich entgegen. Sie sind in der Lage, sie zu entschlüsseln und die darin enthaltene Offenbarung zu empfangen. Danke, Herr Jesus. Und warum? Wenn ihr im Geist in Zungen betet. Wohlbemerkt, nicht mit eurem Verstand. Paulus sagt, denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Und wisst ihr, lasst mich euch das sagen. Ihr wollt nicht, dass euer Verstand es vermasselt. Unser Verstand hat es schon oft vermasselt. Wir beten, und dann wandern unsere Gedanken in andere Richtungen. Wir fangen an, für Dinge zu beten, die nicht das eigentliche Problem, der Kern der Sache sind. Wenn du zum Beispiel für dein Kind betest, dann betest du in Zungen und sagst, Herr, ich weiß nicht, was mit meinem 15-jährigen Kind los ist, aber du weißt es. Und du fängst an, im Geist zu beten. Und du betest weiter und weiter. Der Heilige Geist weiß genau, was den Jungen bedrückt. Er kennt die Situation genau. Und er weiß, welches Gebet er dir eingeben muss. Aber wenn du nur auf Deutsch betest, ist das nur begrenzt möglich. Ich sage nicht, dass ihr nicht in eurer Muttersprache beten sollt. Ich tue das auch. Aber Gott sei Dank gibt die Bibel diese Reihenfolge vor. Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Tut beides, preist den Herrn. Und oft stellt ihr fest, dass wenn ihr dann auf Deutsch betet, euer Verständnis, euer Gebet fließender wird und mehr auf den Kern der Sache zielt. Ihr dringt direkt zum Kern des Anliegens vor. Vielleicht betet man im Geiste. Ich bete für meinen 15-jährigen jungen Herr. Nimm ihm dieses Gefühl der Einsamkeit, das ihn befallen hat. Obwohl er mit seinen Freunden zusammen ist, obwohl er mit seiner Familie zusammen ist, hat der Teufel ihn mit diesem Geist der Einsamkeit angegriffen, mit diesem Gefühl von anderen Menschen ausgeschlossen zu sein. Ich bete, dass du sein Herz in deine Arme und in deine Liebe einhüllst. Und ich bete, Herr, dass du ihm die Gnade schenkst. Und der Heilige Geist betet all dies für deinen Sohn. Und auch wenn du das nicht einmal weißt, wenn du in Zungen betest. Aber oft hält man nach einer Weile inne und betet auf Deutsch. Vielleicht betest du sogar für genau die Situation, für die der Heilige Geist gerade gebetet hat. Und wenn du nicht weißt, was du auf Deutsch beten sollst, dann bete weiter im Geist. Aber du wirst an einen Punkt kommen, an dem du auf Deutsch beten wirst, und dein Gebet auf Deutsch wird fließender, mehr auf die Situation ausgerichtet. Und selbst wenn du auf Deutsch betest, wirst du feststellen, dass Gott dir die Lösung schenkt. Die meisten meiner Botschaften, die ich predige, sind nicht nur aus einer Zeit des Bibelstudiums hervorgegangen. Versteht mich nicht falsch, ich profitiere von meinem Studium des Wortes. Aber es geschieht, wenn ich auf meinen Knien bete, für den kommenden Sonntag bete, für das Rema-Wort bete. Aber während ich bete, ich bete natürlich für eine Reihe von Dingen, ihr kennt das, aber irgendwann in meinem Gebet bringt der Heilige Geist das Wort zu mir, das ich für diese Woche brauche. Und ich liebe dieses Wort, weil es voller Leben ist. Wenn der Heilige Geist es bringt, ist es voller Leben. Ich sehe es. Doch es dauert. Es dauert Tage, es zu entschlüsseln, um es zu entpacken. Und wenn man es erst einmal sieht, Mann, ich sage euch, dann ist man begeistert, weil man weiß, dass die Leute ebenso begeistert sein werden, dieses Wort zu empfangen, so wie man selbst begeistert von diesem Wort ist. Preis den Herrn, danke Jesus. Und sie werden es empfangen. Preis den Namen Jesu. Wir beten im Geist. Manche Leute sagen, na ja, der Apostel Paulus hat uns ja aufgefordert, nicht in der Öffentlichkeit in Zungen zu beten, vor allem nicht in der Gemeinde. Jetzt reden wir von der Gemeinde als der normalen Versammlung, die physisch zusammenkommt. Aber hört gut zu. Oftmals reißen wir diesen Vers aus dem Kontext. So fängt er nämlich nicht an. In 1. Korinther 14, Vers 18 sagt Paulus, Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Aber in der Gemeinde – merkt euch das, ich wiederhole – aber in der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden. Warum? Damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in einer Sprache. Paulus will damit sagen, wenn ich den ganzen Gottesdienst über in Zungen rede, wird niemand mich verstehen. Hey, Gemeinde, wenn ich hier stehe und in Zungen rede, wird keiner von euch die Predigt verstehen. Oder ich bete in Zungen. Und niemand, niemand wird es verstehen. Das also sagt Paulus. Der Schwerpunkt liegt auf der Gemeinde. Aber oft wird dieser Vers verwendet, ohne den Vers davor zu zitieren. Der Vers davor lautet, Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Er sagt, mehr als ihr alle. Er schrieb an die korinthischen Christen. Und die korinthischen Christen waren radikal, was das Beten in Zungen anging. Und deshalb musste er sie korrigieren, weil sie in Zungen beteten, in Zungen riefen, geradezu in Zungen schrien. Und das war nicht in Ordnung, okay? Sie beteten, redeten, die ganze Zeit in Zungen miteinander. Sogar wenn sie Anweisungen gaben und wenn Leute von außen kamen. Hey, die denken, dass ihr verrückt seid, oder? Und Paulus sagt, hey, hört mal, Leute, ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Das hört sich für mich so an, dass Paulus wirklich radikal war, was das Beten in Zungen betrifft. Er muss in Zungen gebetet haben, während er auf seinem Kamel von einer Stadt zur anderen ritt. Und er, er betete in Zungen, um sich selbst zu erbauen. Er entpackte die Geheimnisse in seinem Inneren. Gott beginnt ihm, eine Offenbarung nach der anderen zu schenken, während er sich die Zähne putzt. Ich weiß nicht, was sie damals dafür benutzten, vielleicht Holzkohle, wer weiß. Und wenn er sich zum Abendessen hinsetzt und wenn er schläft, wenn er aufsteht, betet er in Zungen, beim Einschlafen. Und wenn er aufsteht, ist das Erste, was er tut, im Geist beten. Er sagt, ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. So, dass Paulus, wenn er in die Gemeinde kommt, sagt, ich hatte meine Zeit des Betens im Geist, des Betens in Zungen. Wenn ich in die Versammlung komme, muss ich nur fünf Worte mit meinem Verstand sprechen. Und wisst ihr was? Die Kraft ist da. Und warum? Weil es an einer anderen Stelle heißt, dass er zehntausend Worte in Zungen redet. Die Zahl zehntausend ist ein Beispiel. Dann braucht ihr nur fünf Worte auf Deutsch zu sprechen. Und die Kraft wird da sein. Das möchte Gott auf eure Kinder ausgießen. Und sie sind nie zu jung, um mit dem Heiligen Geist bekannt gemacht zu werden. Sie sind nie zu jung, um den Heiligen Geist kennenzulernen. Wisst ihr, Justin, mein Sohn, empfing den Heiligen Geist, als er etwa fünf Jahre alt war. Meine Tochter empfing den Heiligen Geist etwa im gleichen Alter, als sie vier oder fünf Jahre alt war. Ich betete für sie und sagte ihnen, dass dies der Heilige Geist ist. Das ist ein Geschenk von Jesus an euch. Wollt ihr es annehmen? Amen. Sie wurden auch in einem sehr jungen Alter schon errettet. In dem Moment, als sie an Jesus Christus gläubig wurden, waren sie bereit für den Heiligen Geist. Und ich betete für sie. Und ab und zu, als Jessica noch klein war, und auch Justin vor nicht allzu langer Zeit, ertappte ich sie dabei, wie sie etwas mit den Lippen murmelten. Selbst Jessica, wenn sie mit ihren Spielsachen spielte. Und Justin erzählte mir, dass er sich in der Schule einmal in einer Situation befand, in der es für ihn ein bisschen stressig und schwierig war. Ich fragte, was hast du gemacht? Er sagte, ich fing an, in Zungen zu beten, leise. Ich sagte, fühlst du in deinem Inneren, dass sich all diese Knoten lösen? Dass sie sich alle öffnen? Er sagte, ja, genau so. Ich bete in Zungen und ich fühle mich stark. Und wisst ihr, meine beiden Kinder wurden schon in jungen Jahren mit dem Heiligen Geist vertraut gemacht. Nun kann ich sie dem Heiligen Geist anvertrauen, weil ich weiß, der Heilige Geist wird sie alle Wahrheiten lehren. Er wird sie alle Dinge lehren und sie in alle Wahrheiten leiten. Das kann ich nicht. Ich kann Ihnen etwas sagen, aber es ist der Heilige Geist, der sie beeinflusst. Es ist der Heilige Geist, der sie inspiriert, prägt und sie von innen heraus lehrt. Und die Bibel sagt, alle deine Kinder, die Verheißung in Jesaja 54, gleich nach Jesaja 53, dem Wirken Jesu, lautet, und alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt. Nicht über den Herrn gelehrt. Es ist nicht so, wie wenn ein Vater einem Kind etwas über den Herrn beibringt. Das ist auch wichtig. Aber hier, dieser Vers sagt das nicht. Der Vers besagt, dass alle eure Kinder vom Herrn gelehrt werden sollen. Das heißt, der Herr selbst wird sie direkt unterrichten. Und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Ja, groß sein, der Shalom, das Wohlergehen. Ja, die leibliche Gesundheit deiner Kinder. Geist, Seele und Leib. Halleluja. Groß, nicht nur einfach Shalom. Ein kleiner Hauch von Shalom. Nein, nein, nein. Groß soll der Shalom sein. Und Shalom ist nicht nur Frieden in deinem Herzen. Er erstreckt sich nicht nur auf deine Gefühle, sondern auch auf deinen Leib. So verstehen ihn die Juden. Die Hebräer, wenn ihr sie nach Shalom fragt, werden euch sagen, dass nichts fehlt. Nichts kaputt ist. So definieren sie es. Amen. Vollständige Gesundheit. Geist, Seele und Leib. In der nächsten Sendung. Wenn du um den Heiligen Geist bittest, fang danach an zu reden, okay? Rede zuerst und dann gibt dir der Heilige Geist die Worte. Jetzt bist du im Fluss in der Sprache des Heiligen Geistes.